So meine Freunde, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich euch Teil 2 meiner Porträtzeichnungen zeigen. Wir hatten ja den ersten Teil schon für einiger Zeit aufgenommen und da bin ich nie und nimmer durchgekommen mit allen Bildern. Das hat dann doch relativ lange gedauert, wie ich es schon gedacht habe. Darum gibt es heute also den zweiten Teil der Videoreihe, in dem ich euch weitere Bilder zeige und einige Sachen dazu erkläre. Das geht aber in dieser Kameraperspektive nicht besonders gut. Darum werde ich wieder tauschen und wir sehen uns gleich wieder. Und hier haben wir auch schon das erste Bild des Videos. Hier habe ich für mich etwas untypisch eine blonde Person gezeichnet. Blond, weil ich mich natürlich nicht immer dafür drücken kann, dass ich hier immer nur schwarze Haare zeichne, die dann alles einfacher machen. Denn man muss ja auch mal sich einer Herausforderung stellen und versuchen, sich selber weiterzuentwickeln. Darum habe ich mich hier mal an blonde Haare wieder herangewagt. Ich zoome mal etwas ran, damit ihr das etwas besser erkennen könnt. Hier habe ich so gearbeitet, dass ich die Haare mit einer etwas leichteren Grafit-Schraffur eingefärbt habe. Und dann bin ich immer wieder mit dem Radiogummi drüber gegangen, habe die einzelnen Strähnen angedeutet, dann wieder verwischt und dann wieder drüber gegangen. Das ist halt so, wenn man das wieder verwischt und ineinander wischt, damit das einheitlicher wirkt, verliert es natürlich auch etwas an Detailreichtum und an Schärfe. Darum musste ich dann halt immer wieder, wie zum Beispiel hier, mit dem Radiogummi drüber gehen, damit ich hier die einzelnen Haare wieder andeuten kann, die dann aber auch wieder noch etwas verwischt werden müssen. Da ist sonst, ja, sonst stechen die zu sehr hervor und wirken zu aufgesetzt. Die müssen halt noch etwas eingearbeitet werden ins Bild. So auch hier zum Beispiel auf der linken Seite. Was fällt sonst noch auf auf diesem Bild? Ich habe hier zum Beispiel eine Hand mit eingezeichnet, die aber mehr angedeutet ist, als dass sie wirklich ausgearbeitet ist. Also gerade hier so an den Fingern, das ist alles etwas, aber bewusst etwas verwischter gehalten, da ja auch viel von den Haaren verdeckt wird. Und hier bei dem Pullover war das auch noch eine kleine Herausforderung, dass ich das nicht alles nur schwarz machen konnte, sondern das ist wie so eine Art Rollkragenpullover, der hier oben so geriffelt ist. Und da muss man halt gucken, dass hier unten diese Bereiche, in denen sozusagen diese Riffel sind, dass es hier etwas dunkler ist und hier oben dann heller wird. Sonst habe ich hier relativ viel wieder schwarz gehalten von den Klamotten und der Hintergrund, okay, da hätte ich mir vielleicht noch etwas einfallen lassen können, wie ich den noch verzieren kann. Das ist sowieso die Frage, die ich mir bei den nächsten Bildern stellen möchte, wie ich den Hintergrund noch etwas besser hinbekomme. Was mir noch aufgefallen ist, dass die Augenbrauen vielleicht etwas zu dunkel geraten sind. Die hätte ich noch etwas mehr abschwächen können, aber insgesamt bin ich mit diesem Bild wirklich zufrieden. Um euch mal zu zeigen, welches Format ich sonst noch benutze, habe ich jetzt mal dieses Bild neben das andere gelegt. Das hier ist A4 und das ist hier A5. Trotzdem habe ich die Fläche weitestgehend komplett genutzt, sodass die Größe des Porträts eigentlich sich gar nicht so sehr von dem anderen unterscheidet. Hier bin ich halt wieder auf die typischen schwarzen Haare zurückgegangen, wo viel eingeschwärzt werden muss und nur ein kleiner Teil des Gesichtes zu sehen ist. Aber ich finde halt, diese kontrastreichen Bilder, die sehen als Porträt immer mit am besten aus. Einfach war es hier auch, weil die Augen zu sind. Das heißt, ich musste jetzt die Augen nicht wirklich noch mal individuell einzeichnen, sondern konnte einfach nur die Wimpern einzeichnen. Die meiste Arbeit hat der Mund gemacht und die Schattierungen rund um die Nase, damit das sich gut einfügt und wie aus einem Guss wirkt. Aber das hat mit einiger Schattierungsarbeit dann ganz gut geklappt. Hier unten haben wir noch ein Tattoo auf dem Arm. Das habe ich mit einem etwas härteren Bleistift gezeichnet und dann verwischt, damit es sich besser ins Hautbild einfügt. Und ansonsten, was kann ich sonst noch zu den Haaren sagen? Also gerade wenn man jetzt nur so eine schwarze Masse hat oder damit es nicht so wie so eine schwarze Masse wirkt, mache ich das immer so, dass ich gerade hier so an den Seiten dann noch einzelne Haare einzeichne, die so ein bisschen abstehen. Dadurch wird es halt so ein bisschen aufgebrochen. Man sieht es auch hier oben. Oder zum Beispiel auch hier, indem ich hier noch so eine Strähne ins Gesicht feilen lasse. So wirkt es halt nicht wie so eine einzelne schwarze Fläche, sondern wirklich wie so eine dicke schwarze Haarmähne. Das nächste Porträt ist von einer jungen Dame, die ihr vielleicht kennen könntet. Von Lara Loft, der Synchronsprecherin und auf Twitch und YouTube macht sie auch noch einige Sachen. Hier habe ich wieder voll auf diesen hell-dunkel-Kontrast gesetzt, dass ich die Haare sehr dunkel eingefärbt habe und halt nur hier unten an den Strähnen, hier so, wo die Haare etwas auslaufen, heller gemacht habe. Und dieses Oberteil habe ich auch komplett schwarz gemacht. Ich glaube aber, in der Vorlage war das weiß gewesen. Da habe ich mir aber die Arbeit mit diesen ganzen Falten und so weiter gespart. Außerdem haben wir hier noch ein Headset, was man jetzt durch die Dunkelheit nicht wirklich sieht. Aber das war auch genau gerade der Sinn, denn ich wollte halt, dass man hier gerade diese Spiegelungen hat, die etwas deutlicher hervorstechen. Und dann natürlich hier oben noch diesen Bogen, der das Headset mit den beiden Teilen verbindet. Der Fokus lag auch hier wieder darauf, das Gesicht richtig hinzubekommen und vor allem ist es ja immer etwas schwierig, dann auch die Person so zu treffen, dass man sie auch wirklich erkennt. Also ich weiß nicht, sie hat leider nicht darauf reagiert, auf das Bild. Ich weiß nicht, ob es ihr gefallen hat, ob sie es jemals gesehen hat. Vielleicht passiert das ja irgendwann nochmal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das Bild hier ist so ziemlich das erste Bild, bei dem ich meinen damaligen Stil nochmal komplett geändert habe. Hier habe ich damit angefangen, auf dieses typische Bleistiftartige, Skizzenartige Design zurückzugreifen. Ich wollte einfach meinen Stil etwas dahingehend ändern, dass ich weniger auf diese kompletten und perfekten Porträts setzen wollte, sondern vielmehr versuchen wollte, schon realistisch zu zeichnen, sodass man wirklich einen Menschen auch detailreich erkennt, aber dass es eben trotzdem immer noch als Zeichnung gleich zu erkennen ist. Denn bei anderen Bildern hatte ich manchmal den Eindruck, dass Leute zu mir gesagt haben, gerade wenn sie es von ein bisschen weiter weg oder von etwas kleiner gesehen haben, dass sie gesagt haben, hä, ist das jetzt ausgedruckt oder ist das selber gezeichnet? Und da dachte ich mir immer so, einerseits willst du schon realistisch zeichnen, andererseits willst du aber halt auch, dass es immer noch als Zeichnung zu erkennen ist. Und darum habe ich mal diesen komplett neuen Stil hier ausprobiert, dass ich viel Augenmerk immer noch auf die Augen, auf die Nase, auf den Mund, also auf diese wirklich wichtigen Teile des Gesichts gelegt habe. Und den Rest so im Unklaren gelassen habe oder eher so angedeutet habe, halt wie in so einer typischen Skizze. Gerade hier oben ist ja dann doch relativ viel freie Fläche. Die habe ich dann halt bewusst freigelassen, um das Bild etwas offener zu gestalten. Und dadurch, dass man ja hier unten diese Verbindungslinie, dieser einzelnen Haarsträhne hat, fügt sich das im Gehirn sozusagen als komplettes Bild zusammen. Zumindest hoffe ich, dass das so ist. Was haben wir sonst noch? Das Ohr, gut, da hätte ich vielleicht sogar hier unten noch ein bisschen mehr ausarbeiten können. Das wirkt mir jetzt fast schon zu leer. Und ansonsten habe ich hier noch den Wangenknochen angedeutet und dann halt hier unten bei der Übergang zwischen Kinn und Hand. Die Hand finde ich eigentlich ganz gut, wobei man auch wieder überlegen könnte, ob man jetzt die Finger noch etwas deutlicher hervorhebt. Das sind halt alles so Detailfragen. Aber wie gesagt, ich wollte halt, dass das Gesicht im Fokus steht und dass drumherum dann mehr als angedeutete Bereiche vorhanden sind. Den Kontrast dazu bietet dann wieder dieses Bild hier. Hier bin ich nochmal auf meine alte Zeichentechnik zurückgegangen, wobei man aber auch sehen muss, wenn ich hier mal ranzoome an das Gesicht, dann ist das hier schon etwas grober als bei den vorhergehenden Porträtzeichnungen, wo ich versucht habe, möglichst detailreich zu zeichnen. Hier war das nochmal so ein Übergang zwischen dem alten und dem neuen Stil. Da habe ich versucht, schon etwas skizzenhafter zu zeichnen, aber trotzdem noch das Gesicht so realistisch wie möglich darzustellen. Natürlich auch hier wieder die schwarzen Haare, weil das hier mal einfacher ist. Aber ich muss sagen, ich bin hier nicht so komplett ins Schwarz gegangen, sondern habe trotzdem immer noch versucht, die einzelnen Strähnen anzudeuten. Das sieht man dann auch hier unten. Da, wo es weiterhin ausläuft, hätte ich vielleicht sogar an manchen Stellen noch etwas dunkler arbeiten können, aber okay. Hier haben wir auch wieder die Augen, die weitestgehend verdeckt sind beziehungsweise geschlossen sind. Allerdings hier nicht ganz geschlossen, wie bei dem vorhergehenden Bild oder eins davor. Hier sieht man noch einen kleinen Teil des Auges. Gerade hier so am Mund ist wieder so eine dunklere Stelle und hier noch der Leberfleck oder das Muttermal am Kinn, was nochmal hervorsticht. Und was ich sagen muss, hier gefällt mir dann halt die Hand besser als bei dem Bleistiftbild von gerade eben, da ich hier noch mehr Schattenflächen eingezeichnet habe und das dadurch alles noch ein bisschen plastischer wirkt. Was auch Spaß gemacht hat zu zeichnen, war hier unten das Oberteil. Dadurch, dass das halt so gestreift ist und die Streifen, weil das halt so nach unten rutscht, ja so ein bisschen verschoben sind, die sind halt nicht so, ja wie soll man das sagen, so richtig parallel nebeneinander, wie wenn man das T-Shirt ausgebreitet hinlegen würde, sondern halt so leicht verschoben. Und das wirkt eigentlich auch ganz gut, finde ich. Und hier ist schon das nächste Bild. Hier habe ich den Bereich des Blattes nicht komplett ausgenutzt, sondern ich wollte bewusst halt so einen größeren, ja so eine größere Fläche drumherum freilassen, damit das Bild für sich in der Mitte wirkt und dann nur durch die Haare hier an der Seite zum Beispiel aufgebrochen wird. Die habe ich auch, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ich versuche auch jetzt in Zukunft wieder mehr zu diesem Stil hinzugehen, dass ich die Haare vielleicht auch nur andeute und wirklich den Fokus so auf das Gesicht lege. Ich könnte vielleicht mir vorstellen, dass ich bei zukünftigen Bildern nicht so viel weiß lasse, wie jetzt zum Beispiel hier, dass ich noch so ein paar mehr Übergänge schaffe. Aber meistens ist das auch immer von Bild zu Bild verschieden. Also das hängt dann auch immer davon ab, wie die Vorlage aussieht, was ich mir dann in dem Moment dabei denke, was ich mir vorstellen könnte, was gut aussieht. Das muss man dann immer individuell sehen. Aber wie gesagt, dadurch, dass das hier offen gelassen wird und man sozusagen den Verstand, den Rest des Bildes ausfüllen lässt, finde ich das eigentlich ganz gut. So hier unten fällt dann auf, dass ich hier auch versucht habe, bewusst nicht zu detailreich zu arbeiten, sondern das mehr so, ja, wie soll man das sagen, fast schon so hingekritzelt habe, um halt wieder diesen skizzenartigen Effekt zu haben. Was auch noch auffällt, dass ich hier zum Beispiel nicht komplett auf die 45 Grad Schraffur gegangen bin, sondern das versucht habe, so als Kreuzschraffur zu machen. Und dann haben wir hier noch so eine Art Nasenpiercing, was auch noch mehr oder weniger angedeutet ist, aber gehört natürlich mit dazu. Ja, die Augen, okay, die Augen, vielleicht hätte ich die hier, wobei vielleicht ein bisschen zu dunkel geraten. Da muss ich auch noch gucken. Ich habe halt immer das Problem, dass meine Augen meistens hier oben auf den Lidern und an den Wimpern zu dunkel werden. Da muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Aber das sollte schon noch hinzukriegen sein. Schließlich zeichne ich ja erst seit einem guten Jahr Portrait und ja, brauche noch einige Zeit, um mich noch weiter zu verbessern und noch mehr Routine reinzubekommen, mich noch mehr an Bilder heranzutasten. Hier haben wir dann auch schon das nächste Bild. Auch wieder so in diesem neueren Stil, in diesem skizzenartigen Stil. Und ich muss sagen, das ist auch mit eines meiner Lieblingsbilder, weil ich es halt hier hinbekommen habe, dass die Haare einerseits so skizzenhaft ausschraffiert sind, aber halt das Gesicht im Vergleich zu dem Gesicht, was ich davor hatte, dass das noch etwas gerade hier so um die Augen und gerade so hier unten am Mund und so am Kinn, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie besser getroffen als bei dem hier. Vielleicht sehe ich das auch nur falsch, aber ich finde irgendwie, mir gefällt das besser. Vielleicht liegt es auch daran, weil die Augen etwas feiner ausgearbeitet sind. Bei den Händen, gut, die Hände habe ich jetzt auch wieder, wie gesagt, ich habe halt immer versucht, dass das Gesicht im Fokus steht und das andere rundherum ist dann sozusagen, naja, nicht Beiwerk, aber das ist nicht mehr ganz so scharf und nicht mehr ganz so detailliert gezeichnet. Wie jetzt zum Beispiel hier bei den Händen, da habe ich halt hier oben die Schatten gerade noch so mehr angedeutet. Der Unterschied zu dem anderen Bild ist halt, dass ich hier wieder die Haare komplett eingezeichnet habe. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch eine Möglichkeit gegeben hätte, gerade hier so an der Seite, das vielleicht noch etwas offener zu lassen, aber dadurch, dass diese Haarsträhnen ja hier wie so eine Art Seil so nach unten von den Haaren gehalten werden. Weiß ich nicht, ob das dann so gut gewirkt hätte, wenn ich das weggelassen hätte. Und jetzt nochmal was Grundsätzliches zu den meisten Bildern, die ich euch heute gezeigt habe, denn hier habe ich bei diesen, bei den ganzen Bildern, die jetzt hier sind, habe ich mir einfach immer Bilder auf Instagram gesucht von Leuten und habe die einfach gezeichnet. Damals wollte ich halt versuchen, möglichst, dass die Leute darauf reagieren und sozusagen es vielleicht in ihren Storys teilen, sodass ich dadurch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekomme. Ich weiß nicht, heute mache ich das eigentlich kaum noch. Ich weiß nicht, ob ich es wieder machen sollte, aber ich fand es damals irgendwie so, ja, ich habe halt die Leute vorher nicht gefragt. Vielleicht hätte ich vorher fragen sollen, hey, wie sieht es denn aus? Hast du Lust, zusammen was zu machen? Also, dass ich für dich ein Bild zeichne und du teilst es dann, sodass wir beide vielleicht davon profitieren. Sondern ich habe halt einfach damit angefangen, ohne wirklich die Leute zu fragen. Und dadurch hatte ich halt auch, naja, gemischte Reaktion. Manche Leute, die haben da wirklich richtig gut drauf reagiert und denen hat das total gefallen. Andere Leute, denen hat das, oder ich weiß nicht, die haben halt überhaupt nichts dazu gesagt. Von anderen habe ich aber auch die Reaktion bekommen, dass sie es zwar gut finden, aber dass sie halt es auch gut gefunden hätten, wenn ich vorher gefragt hätte, ob ich das denn machen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt individuell von jedem verschieden ist, so wie man es halt sieht. Ich habe das damals, als ich das gemacht habe, nicht als wirklich so schlimm empfunden. Ich finde es eigentlich auch heute nicht so schlimm, denn ich meine, wenn man jetzt ein Bild ins Internet stellt, dann ist das ja noch das harmloseste, dass noch jemand darauf reagiert, indem man das nochmal nachzeichnet. Aber gut, vielleicht finden das ja manche etwas komisch oder merkwürdig. Darum habe ich das jetzt in Zukunft erstmal gelassen. Aber mich würde interessieren, was ihr denn dazu denkt. Würde euch sowas gefallen, wenn man ungefragt von euch ein Foto zeichnet und euch das dann per Instagram, also wenn man das dann postet und euch darauf verlinkt, würde euch das gefallen oder würdet ihr das komisch finden. Wäre ich echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Hier haben wir mal wieder ein weiteres Wolfsbild. Hier ging es auch darum, dass ich mit diesem Bild etwas schneller fertig werden wollte, als zum Beispiel mit diesem anderen Wolfsbild, das ich euch im letzten Video gezeigt habe, wo ich ja, was weiß ich, über zwei Wochen dran gesessen habe. Und darum habe ich hier zum Beispiel bei den Zwischenstellen relativ viel weiß gelassen oder auch hier oben über den Augen und an den Ohren, um mal zu gucken, wie viel muss man denn zeichnen, dass es einerseits realistisch wirkt, andererseits aber halt auch noch so viele Freiflächen zwischenbleiben können, dass es halt nicht störend wirkt. Wenn ich jetzt mal umdrehe, 23. bis 26.12. Okay, also das waren jetzt vier Tage, die ich an dem gesessen habe. Vier Tage. Und das im Vergleich zu diesem anderen Bild, was ich damals hatte, wo ich über zwei Wochen dran gesessen habe, weil das Feld halt so lange gedauert hat. Bin ich doch mit dem hier etwas schneller gefahren. Und trotzdem finde ich, dass dieses Bild eine gute Wirkung hat. Dadurch, dass halt die, dass die Feldstruktur trotzdem an den dunklen Stellen vorhanden ist und angedeutet ist, hat man eben trotzdem diesen Fell-Effekt, obwohl halt relativ viel weiß dazwischen ist. Dann habe ich hier noch einen Hund für euch. Das ist ein kleiner Husky. Auch hier habe ich wieder versucht, viele Flächen nur anzudeuten, wie jetzt zum Beispiel hier unten oder hier so um die Schnauze herum. Da mit dieser Schraffur-Technik wieder, hier unten, wo es dann etwas dunkler wird, etwas dunkler schraffiert und hier dann heller und dann dementsprechend halt mit Wattestäbchen oder mit Verblendungsstift verwischt. Auch hier auf der Schnauze, dass man hier noch so eine kleine Struktur obendrauf erkennt und die Schnauze so ihre Form erhält. Und detaillierter bin ich dann erst ins Fell gegangen, hier oben an diesen dunklen Stellen. Und dadurch, dass ich halt hier wieder freigelassen habe, aber die Haare hier so hineinreichen, wirkt das halt auch so, als ob hier dieses Fell halt nur besonders hell wäre und der Kontrast dieses Bildes halt so hoch ist, dass man bei den weißen Flächen die Haare nicht erkennt. Aber dadurch, dass du halt diese schwarzen Sachen hier hast, diese schwarzen Haare, die hier hineinragen, macht das Gehirn dann daraus, dass das halt auch wie Fell sozusagen ist. Was ich euch hier noch zeigen kann, ist, dass ich bei den Augen einen kleinen Fehler gemacht habe, nämlich das Auge ist ein Stück größer als das Auge. Das wirkt etwas kleiner oder ist auch etwas kleiner. Es wirkt nicht nur so. Aber wenn wir uns jetzt das Bild mal angucken, wie es im Gesamten aussieht, dann merken wir schon, okay, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Und zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil habe ich halt, also ich habe halt nochmal, als ich dieses Bild in Gimp bearbeitet habe, habe ich das Auge nochmal ein Stück vergrößert und dann halt die bearbeitete Version auf Instagram hochgeladen. Von daher werdet ihr dann dort, wenn ihr euch das Bild vielleicht mal da anguckt, das mit dem Auge dann nicht mehr sehen. Und um das Wolfshund- oder Wolfshusky-Trio komplett zu machen, habe ich jetzt hier noch den dritten Hund für heute für euch. Auch dieser ist jetzt wieder in diesem gleichen Stil gehalten mit den freien weißen Flächen. Hier habe ich ihn im Profil gezeichnet, was die Arbeit etwas vereinfacht hat, dadurch, dass man halt nur ein Auge zeichnen muss und jetzt nicht so sehr darauf achten muss, dass das alles symmetrisch ist. Das Bild erzielt seine beste Wirkung dadurch, dass ich halt hier vorne an der Schnauze das so ein bisschen verblendet habe, ein bisschen verwischt habe. Hier hat man halt so diese stärksten Verblendungen und dadurch entsteht halt so ein bisschen dieser plastische Schnauzen-Effekt. Denn wenn wir uns mal angucken, der Rest des Bildes ist eigentlich nur schwarz-weiß. Also hier ist recht viel schwarz, das ganze Fell und dann, na gut, vielleicht hier noch so an den Ohren, dass hier noch so ein paar Graustellen dazwischen sind. Auch hier habe ich nicht mehr den kompletten Bereich des Bildes ausgefüllt, sondern so einen kleinen Teil genutzt und mal schauen, wie lange habe ich denn eigentlich für dieses Bild gebraucht. Ah ja, 5.1. bis 7.1., also gar nicht so lange. Das Problem bei diesen Bildern ist immer, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel hier diese hellen Haare habe, die von der Schnauze hineinreichen, da habe ich das jetzt bei dem Bild so gemacht, dass ich sozusagen, bevor ich das hier ausgezeichnet oder ausgeschwärzt habe, habe ich halt hier diese weißen Stellen auch weiß gelassen. Also das ist jetzt nicht irgendwie mit Tipp-Ex oder so hinzugefügt, sondern das ist halt freigelassen und ich habe halt drum herum gezeichnet. Achso, und was ich auch jetzt erst gesehen habe, das Bild hier ist ja jetzt eines der ersten, was dann schon 2020 entstanden ist. Der Husky, der kleine Husky mit dem schiefen Auge von gerade eben, der war dann der erste, der 2020 entstanden ist. Also sind wir jetzt sogar schon bei 2020 angekommen. Wahnsinn. Hier geht es wieder weiter mit einem Menschen, wobei bei ihr bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie überhaupt ein richtiger Mensch ist oder nicht doch eher ein Vampir. Aber gut, diese Frage können wir wahrscheinlich gar nicht beantworten. Darum gehen wir erst mal wieder weiter auf das, was das Zeichnen betrifft. Ich habe hier wieder diesen skizzenartigeren Stil genommen, dass ich halt die Haare im Schraffur mehr angedeutet habe, als dass sie wirklich da sind und vor allem gerade so um das Gesicht rum dunkler geworden bin und dann hier unten immer heller oder auch hier hinten hin, dass das dann wirklich nur noch angedeutet ist und der Fokus mal wieder nur auf dem Gesicht liegt. Bei diesem Bild finde ich es halt auch immer erstaunlich, wie viel man schon plastisch erreichen kann oder plastisch darstellen kann, wenn man nur so ein bisschen verblendet. Ich habe ja zum Beispiel nur hier oben an der Stirn, dann hier so an den Augen und ein wenig um die Nase und hier so am Mund und hier drüben noch. So, das sind so die einzigen Stellen, ja gut, vielleicht noch hier diese leichte Falte, die einzigen Stellen im Gesicht, die halt verblendet sind, wo halt Schatten angedeutet wird und trotzdem wirkt das Gesicht alleine dadurch, dass man halt nur diese Form der Nase hat, trotzdem plastisch. Und das finde ich gerade beim realistischen Zeichnen immer beeindruckend, dass man wirklich mit wenigen Mitteln schon so viel darstellen kann. Oh, hier muss ich gucken, dass ich das ein bisschen schräg halte. Wenn ich es nämlich nur so hinlege, dann spiegelt das wieder ziemlich. Hier habe ich wieder etwas dünneres, Papier genommen, warum auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Das kann man auch ganz gut sehen, dass ich dieses Bild oder das Papier dadurch, dass ich hier so stark schraffiert habe und so viel Schwarz auf das Papier gebracht habe, dass es sich etwas gewellt hat. So ist hier halt so eine komische Wellenform drin. Hier bin ich halt ziemlich doll in diese Schraffur-Technik hineingegangen und habe wirklich versucht, alles nur mit Schraffur darzustellen und so wenig wie möglich mit klaren Linien. Ich glaube, nur das Auge hatte ich halt so ein bisschen mit schwarzen Linien nachgezogen. Aber sonst habe ich versucht, alles mit dieser Schraffur hier nur darzustellen. Aber insgesamt muss ich sagen, hat mir der Stil dann doch nicht so sehr zugesagt. Darum bin ich dann da auch relativ schnell wieder von abgewichen. Allerdings noch nicht beim nächsten Bild. Da habe ich die Technik auch noch mal angewendet, jedoch etwas ausgefeilter. Und zwar meine ich das hier. Dieses Bild von Geralt von Riva oder wie heißt der Schauspieler? Henry Cavill. Jedenfalls aus dieser neuen Witcher-Serie. Damals habe ich diese Serie geguckt und dachte mir, ja, warum zeichnest du hier nicht einfach mal den Witcher? Wie ich halt schon bei dem anderen Bild gerade eben gesagt hatte, habe ich halt auch hier versucht, wieder möglichst viel mit dieser Schraffur-Technik darzustellen. Aber diesmal habe ich halt noch mal versucht, ein paar mehr Zwischentöne hinzuzufügen, so gerade hier so an der Stirn. Und hier so um den Mund herum, damit es noch etwas detailreicher wird. Also wenn man sich jetzt das hier wegdenken würde, wäre es einfach nur so eine Strichzeichnung von irgendeinem Umriss von einem Kopf oder von einem Oberkörper. Aber allein dadurch, dass dieses kleine Fenster ein bisschen detaillierter gezeichnet ist, hat es gleich eine ganz andere Wirkung. Schon irgendwie verrückt beim Zeichnen. Das hier ist halt komplett in schwarz gehalten. Das ist halt so die Stelle oder der Bereich, wo der tiefste Schatten ist. Natürlich auch hier wieder ein bisschen Arbeit erleichtert. Dadurch musste ich halt nur ein Teil des Gesichtes zeigen. Der andere ist halt im Schatten und war so dankbarerweise einfach nur einzuschwärzen. Aber gerade so auch hier so dieser Bereich, den ich hier drumherum ein bisschen dunkler gemacht habe, hebt sich natürlich etwas mehr von dem hier drumherum ab. Aber was ich halt auch finde, ist, dass ich hier nicht genau im 45-Grad-Winkel schraffiert habe. Also hier geht es so ein bisschen nach oben weg und hier geht es dann mehr so gerade. Also da hätte ich vielleicht, obwohl ich eigentlich mit dem Lineal gearbeitet habe, also ich habe das Lineal hier angelegt und dann so lang gezogen, aber trotzdem bin ich hier drüben irgendwie schräg gekommen. Aber was soll's. Und da wir ja gerade schon das Bild vom guten Geralt hatten, darf natürlich auch noch die zweite Person aus der Witcher-Reihe nicht fehlen, Jennifer. Da habe ich, wie heißt denn eigentlich die Schauspielerin? Irgendwie ist mir der Name gerade entfallen. Wenn ich dran denke, blende ich es ein. Hier bin ich jetzt wieder etwas mehr zu dem vorhergehenden Stil zurückgegangen, den ich zum Beispiel auch bei den Hunden, also bei den Wolf und bei den Huskys angewendet habe, dass ich nicht mehr komplett alles noch schraffiert habe. Natürlich hier bei den Haaren immer noch, aber gerade so die Augen und hier so um die Nase herum, da bin ich wieder etwas mehr zurückgegangen zu dem anderen Stil, sodass man die Schraffur zwar immer noch sieht, dass sie sich aber wieder etwas besser ins Bild einfügt und zum Gesamteindruck beiträgt. Denn vorher war es ja so, dass die Striche die einzelnen Umrisse gebildet haben und hier unterstreichen sie sie eigentlich wieder mehr noch. Was ich vielleicht noch hätte machen können, wäre die Frisur noch etwas mehr aufbrechen mit einzelnen Haaren. Gerade hier unten so, da hätte ich vielleicht noch so ein paar einzelne Haare mehr da so abstehen lassen können oder auch hier drüben an den einzelnen Strähnen. Dadurch hätte die Frisur vielleicht noch etwas aufgelockert gewirkt. So ist sie halt eher wie so eine einzelne Masse, wie so ein einzelner Umriss. Oder vielleicht hätte ich auch noch so ein paar, hier oben so ein paar lockere Strähnen in die Stirn hängen lassen können. Aber gut, das sind jetzt halt so Kleinigkeiten, die mir im Nachhinein noch auffallen. Das Bild ist jetzt so, wie es ist. Es ist fertig und ich will da jetzt auch nicht weiter dran herumdoktoren. Es zeigt halt auch, auf welchem Stand ich zu diesem Zeitpunkt war. Und ja, ich will das dann auch nicht damit verfälschen, dass ich jetzt hier noch drin rumschmiere. Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Und damit möchte ich das Video jetzt heute auch schon beenden. Ich habe jetzt entschieden, dass das jetzt das letzte Bild war, das ich euch gezeigt habe. So haben wir jetzt noch Material für den dritten Teil und wahrscheinlich auch noch für den vierten Teil. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ja, das ist doch mal wieder ein überaus langes Video geworden, wie ich es mir schon fast gedacht habe. Also wird es auch noch einen dritten Teil dieser Videoreihe geben. Bis dahin wird es aber noch einige andere Videos geben, in die ihr hoffentlich auch mal reinschaut. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch wie immer einen wunderschönen Tag wünsche und natürlich viel Spaß beim Zeichnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.